Freitag, 10. März 2023, herzlich willkommen zum nächsten Staatenvlog hier aus Kaiserslautern. Ja, wie ihr seht, wieder bei bestem Fritz-Walterwetter trifft heute der 1. FC Kaiserslautern gegen die Gäste aus dem Hartwald, gegen den SV Sandhausen. Ja, mein Tipp heute, auch wenn die letzten Spiele nicht so gut waren, ein klassisches 2 zu 0 wird wahrscheinlich ein ekliges Spiel. Ich nehme euch wie immer mit hin hoch auf den Betze. Viel Spaß bei diesem Video. Musik 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 Ja, ja, ja! So, Spieltagsprognose. Ich sage mal, wir haben ein wichtiges Heimspiel vor uns gegen Sankthausen. Das ist eigentlich ein schnader Sieg. Muss man auf jeden Fall gewinnen. Wir haben schlecht ausgesiehen auf Fremdeplatz. Das heißt, unser Heimspiel müssen wir gewinnen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen heute die 40 Punkte knallen. Ich würde sagen, nach dem Spiel sind es 41. Mal gucken, wie wir mit den Ausfällen umgehen. Ich denke, Corona hat uns jetzt wieder erwischt. Aber das ist scheißegal. Wir gewinnen heute 3-0. Das ist krass. Und du? Mein Willen ist realistisch. Aber ich bin Pessimist. Und deswegen... Unjurist. Unjurist. Kommt alles zusammen. Genau, ich. Ich bin souverän. Das war zu grüßen. Jawohl. Es ist so schön, wieder hier laut zu sein. Spieltagsvorbereitung läuft. Schönes Bierchen. Und heute gibt es ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Viele Krankheitsfälle in der Mannschaft. Aber ich glaube schon, dass wir stark genug sind, Sandhausen wegzublasen heute. 2-0. Ich meine, ich himfe heute. Mal sehen, wie es läuft. Ich bin mir das so ganz brechen. Ich bin kein Blöds Hahn. Ich bin ein blöds G dummy. Ich komme mitab wie es läuft. Ich bin ein Kdsfluss, Proseklarung des Bühnen. Ich bin ein colischer Fahrzeug. Ich bin ein Kdsfluss. Ich bin ein Kdsfluss. Applaus Das ist ein Insider, das ist ein Insider-Handler! Das ist ein Insider, das ist ein Insider-Handler! Das ist ein Insider-Handler! Das ist ein Insider-Handler! Das ist ein Insider-Handler! Der Zug! 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 Der Zug kann keine Bremse! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017